Jeder lässt sich kaufen. Gib ihm ein paar Millionen und sie ändern ihre Meinung dazu, zu demjenigen, der ihnen das Geld bietet. Hallo, hallo, hallihallo meine Freunde der Hoffnung. Schön, dass du wieder mein Beifahrer bist an dem Platz. Heute möchte ich mit dir sprechen und zwar über ein Gespräch von Dr. Bruce Lipton. Dr. Bruce Lipton ist eigentlich ein Wissenschaftler gewesen und ist auf einmal immer mehr rübergeswitcht zu diesem Halt. Da muss mehr dran sein, einfach nur, das Leben besteht mehr als nur irgendeine Petrischalen und irgendwie Stammzellen zu forschen. Und zwar, ich bringe es auf den Punkt, es ist so, er hat herausgefunden, dass in den ersten sieben Jahren, also von eins bis sieben, dass es noch gar kein Unterbewusstsein gibt, sondern das bildet sich gerade. Ich habe gesagt, es geht um immer noch zu lange, bis zum ersten Spenden. So die ersten sechs Jahre der Bloden der Bloden der Bloden der Blanflug und die Flanze ist wie die Befabler, die das der Bl Länder in der StGB des Blöds, der Blödsgäte gibt. So die ersten sechs Jahren der Blödsin, du hast wie eine TV-Kamera, die alles um immer von den Ohren, repeatedly von der Blöden nachsachten oder vom Belösen aus der Blöden, aus der Blöden durch die Blöden nach columna Entgüterungschaft. Das heißt, alles, was wir in den ersten sieben Jahren aufnehmen, geht nicht in unsere Bewusstsein, sondern in unser Unterbewusstsein. Das ist auch logisch, weil von einem kleinen Babyli bis zum Kleinkind, also möchte natürlich Mutter Natur, dass das Kind überlebt. Und deswegen geht natürlich alles, was es sofort wahrnimmt, sofort ins Unterbewusstsein, sofort aufnimmt wie ein Schwamm. Und zwar also sprechen oder laufen lernen, sich der Umgebung anpassen, also sofort, dass es sich ins Umfeld einpflegen kann, damit es überleben kann. A very interesting point. The Jesuits were very proud. They would say, give me a child until it's six or seven and it will belong to the church for the rest of its life. What they were saying was, what they knew, which science is now finding out, the first six years are programming. And whatever program you get, that will be the rest of your life. So that's why they said, just give me the first six years and it turns out they were precise. The first six years is downloaded program and that's when you get your behaviors from those around you. So, da gibt es natürlich aber auch Nachteile. Und zwar alles, was wir natürlich auch Negatives erfahren in dieser Zeit, in den ersten bis sieben Jahren, eins bis sieben, nehmen wir natürlich auch auf. Und manche von uns leiden da natürlich ihr ganzes Leben drunter, weil man es nicht richtig deuten kann, nicht richtig fassen kann. Weil, wie gesagt, unser Bewusstsein bildet sich ja dann erst. So, wenn wir also jetzt zurück zur The Crying Gentlemen Seite. Und zwar, was denn mit diesem Planeten ja stattfindet. Das heißt, die Menschheit eifert ja nach. Die Werte Nummer eins sind ja Geld und Macht und Macht und Geld. So, und das wurde uns in den ersten sieben Jahren verklickert und zwar wie ein Weltmeister. Und dieser Dr. Bruce Lipton hat mich da wieder dahin gedeutet, also durch seine Videos. Und zwar, wow, okay, alles, was wir in den ersten sieben Jahren, geht direkt in unser Unterbewusstsein. Und das formt uns wie Knetmasse. So, und wenn wir natürlich in den ersten sieben Jahren von unseren Eltern hören, hey, Geld ist das Wichtigste, du musst ganz viel Geld verdienen, Geld ist ganz wichtig. Dann natürlich durch unsere Sendungen, die wir anschauen. Egal, ob es Barbie ist, die Medilis, die natürlich mit dem bombastischen Brautkleid da durch die Gräden hüpft oder ihrem Abendkleid. Oder ob es bei mir, ob es jetzt Bruce Wayne war, also Batman, der Multimilliardär aus Gotham City. Oder ob es Iron Man ist, Tony Stark, Multimilliardär, etc. Also es ist so, man muss es nicht bewusst aussprechen, sondern es sind einfach so unterbewusste Sachen, die ja, wie der Name schon sagt, direkt ins Unterbewusstsein gehen. Und das heißt, das prägt uns und das hat uns geprägt. Und genau deshalb findet statt, was stattfindet. Wenn wir uns umschauen und sehen, warum gibt es lauter korrupte Menschen überall um uns außen rum? Warum ist alles zum Verkauf? Egal, ob es jetzt Dinge sind, ob es Menschen sind. Jeder lässt sich kaufen. Gib ihnen ein paar Millionen und sie ändern ihre Meinung dazu zu demjenigen, der ihnen das Geld bietet. Und das ist nämlich genau der Hase, wie er in die verkehrte Richtung läuft. Weil diese Welt käuflich ist. Viele leben so verwirrt. Viele haben keine Ahnung, was findet statt. Mei, ich gebe doch nichts anderes nach, als Geld verdienen. Und trotzdem bin ich nicht richtig happy. Warum? Was ist da? Man kann es ihnen gewissermaßen nicht mal übel nehmen, weil das sind die Werte. Das ist der Hauptfokus, wo uns mitgeteilt wurde. Wie gesagt, egal ob es durch Eltern sind oder ob es durch irgendwelche Superhelden sind. Es gehen direkt in unser Unterbewusstsein. Fühlt ihr, was ich meine? Das heißt, diese ganzen Generations, diese ganzen, egal ob es jetzt irgendwelche Politiker sind, ob es jetzt extreme politische Ausrichtungen sind, irgendwelche Diktatoren, irgendwelche krassen Geschäftsführer, Multimilliardäre, die ihre Angestellten ausbeuten bis aufs Letzte. Woher kommt dieser Spirit? Und der kommt nicht von irgendwo her. Genau daher kommt der, weil er ihnen so beigebracht worden ist, egal ob Mann oder Frau. Das heißt, jeder, ganz egal wer, ob es der übelste Typ aller Zeiten ist, der nur nach Geld eifert und Milliardenimperium aufbaut auf Kosten von irgendwelchen anderen und die ausbeutet, es hat immer den gleichen Hintergrund. Man hat es ihm so eingetrichtert. Niemand wird von Geburt an böse geboren. Niemand ist von Geburt an böse. Wir sind alle von Geburt an Geschöpfe der Liebe. Wir freuen uns, wir lachen uns mit den anderen. Wenn wir in den Arm genommen werden, wenn uns jemand entgegenlacht, lachen wir. Man muss das selber einfach mal ausprobieren. Lach mal ein Kind an, lach dich zurück an. Kann natürlich sein, dass es in 20, 30 Jahren der übelste Diktator wird. Kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Aber jeder, ganz egal wer, wie alt er jetzt auch sein mag und wie übel er auch jetzt sein mag, war einmal ein kleines Kind. Und man hat ihn in den ersten sieben Jahren, wie gesagt, Dr. Bruce Lipton und der Bewusstsein, hat ihn das so eingetrichtert. Es ist nicht so, dass einer geboren wird und denkt, ich bin jetzt ein Diktator oder ich habe diese üblen Gene in mir. Nein, das ist nicht so. Sondern es wird einem beigebracht. Und da sind wir schon auch bei der Lösung. Um dieses ganze Wirrwarr, um dieses ganze, was hier auf dem Planeten Erde falsch läuft, um dem entgegenzuwirken, müssen wir es schaffen, dass wir immer und immer wieder positive Gespräche führen. Denn genau so ist es, dass man nämlich das Unterbewusstsein wieder umprogrammiert. Es ist wie eine Sprache lernen. Das heißt, ich kann nicht einfach nur, dass ich irgendein spirituelles Buch rauskrustel und liest das einmal durch und denke mir, okay, alles klar, hat sich gut angefühlt. Aber deswegen heißt es ja noch nicht, dass der Mensch sich ändert. Wann ändert er sich dann? Das heißt, er muss immer und immer wieder, wie eine Sprache zu lernen oder wie laufen lernen. Es dauert eine Weile. Hunderte Male, tausend Male gute Gespräche, solche Gespräche wie hier. Warum findet das statt? Warum sind diese üblen Geschäftsführer so, die ihre eigenen Mitarbeiter so ausbeuten? Warum sind sie nur auf Geld bedacht? Warum gibt es so viele Politiker, die so korrupt sind und sich kaufen lassen? Ich gebe ihnen ein paar hunderttausend und auf einmal sprechen sie das vor, was die Waffenindustrie sagt. Warum ist das so? Genau deswegen, weil man es ihnen so beigebracht hat. Sie haben es ursprünglich nicht böse genommen, also gefunden. Nein, man hat es ihnen so beigebracht, das ist das Ultimative, das sind die wahren Werte und genau so sind sie geworden. Aber genau so kann man, was man jemanden aneignet, auch wieder enteignen. Also im Sinne von, dass man wieder einen positiven Spirit pflanzt, einen positiven Virus. Da muss man immer wieder und immer wieder darüber reden, immer wieder, dass das Ganze ins Unterbewusstsein geht. Und natürlich unsere New Power Generation. Kinder, dessen Kinder, immer wieder und zu zeigen, vorzuleben, was ist wirklich wichtig? Was sind wahre Werte? Was meinst du? Was glaubst du? Kann das sein, dass das der Ursprung ist, warum es auf dem Planeten so ist, wie es ist? Weil man allen, wie gesagt, in den ersten sieben Jahren direkt ins Unterbewusstsein eingetrichtert hat, ob bewusst oder unbewusst, also unterbewusst die falschen Werte vermittelt hat, dass Geld und Macht das Wichtigste sind. Was meinst du? Würde mich deine Meinung interessieren. Wenn du denkst, okay, halt, da ist was dran, das kann ich mir echt vorstellen. Gib mir ein Like. Subscribe übrigens meinen Channel. Das würde mich natürlich freuen, dass wir weiter in Kontakt sind.